Mit Godot 4.3 kommen die neuen Skeleton Modifier 3D Nodes. Aber wie genau funktionieren die eigentlich und wie nutzt man sie in GDScript und in C-Sharp? Ich bin der Truly Most Wanted und ich erkläre dir dieses Godot 4.3 Feature in unter 10 Minuten. Gib dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen sollte. Abonniere vor allem für weitere Tutorials und schreibe deine Fragen und Feedback sehr gerne auch in die Kommentare. Legen wir los! Mit der Skeleton Modifier 3D Note hast du die Möglichkeit komplett eigene Verhaltensweisen für ein komplettes Skelett oder auch nur einzelne Knochen per Code selbst zu definieren und zu schreiben. Wenn du in Blender beispielsweise einen 3D Charakter modellierst mit einer Armature Note, dann wird diese, wenn du sie exportierst als FBX, GLTF oder auch GLB Datei in Godot importiert als Skeleton 3D. Bei dem Beispiel dieser Folge hier, einem Auge, was uns angucken soll, haben wir hier oben die Armature, die wurde von Godot umgewandelt in eine Skeleton 3D. Und darunter sind unsere kompletten Meshes wie das Auge, die beiden Augenlider und extra für dich diese Folge zum Visualisieren Pfeile. Denn in dem Auge ist ein einziger Knochen, der zeigt von hier aus vom Mittelpunkt genau nach oben in diese Pfeilrichtung. Und als Zusatz eben hier die Blickrichtung ist dieser Pfeil nach vorne. Denn unsere Aufgabe in diesem Video ist es, das Auge zu einem bestimmten Zielpunkt hingucken zu lassen und da können wir mit diesem Pfeil wunderbar prüfen, ob wir auch genau dorthin schauen. Bauen wir zuerst in GD-Script unseren eigenen Modifier. Deswegen hier oben das Tool-Attribut, damit wir ein Editor-Skript haben und direkt den auch im Editor angewendet sehen. Skeleton Modifier 3D ist die Basisklasse, wo auch die neue Methode unter Strich Process Modification herkommt, denn die müssen wir überschreiben, um das Verhalten unseres eigenen Modifiers zu definieren. Und Classname, damit die Node in Godot bekannt ist. Die Idee hier ist sehr simpel. Wir wollen, dass ein Knochen mit einem bestimmten Namen, eben einem String, sich auf die Position einer Node 3D, eines Aim-Targets, eben ausrichtet. Und das entweder mit seiner Vorder- oder Rückseite. Deswegen machen wir einen Bool hinzu, UseModelFront. Und diese drei Variablen exportieren wir direkt in den Inspektor der Engine. Die Logik selbst ist noch einfacher. Wir sagen zuerst mal, prüfe die Variablen oben. Haben wir einen Namen? Haben wir auch ein Ziel? Alles klar, dann machen wir weiter. Wir holen uns das Skeletten einmal und dann wandeln wir den Namen des Knochens in einen Index um, der im Skeletten verwendet wird. Denn im Inspektor seht ihr hier oben zwar überall die Knochennamen, aber intern auf allen Funktionen müsst ihr den richtigen Index verwenden. Der Index kann auch minus 1 sein, wenn euer Knochen nicht gefunden wird. Und dann müssen wir hierbei abbrechen. Sonst können wir uns für den gegebenen Knochen, dessen globale Pose holen. Die ist relativ zum Origin des Skeletts. Das heißt, noch nicht in der Welt global. Das machen wir aber global in der Welt, indem wir die globale Position unseres Skeletten auf das Origin drauf addieren, um wirklich eine Weltkoordinate zu erhalten. Dann können wir auf diesem Transform die Looking-At-Methode aufrufen, die sagt, schau doch mal bitte auf die globale Position von unserem Aim-Target, nutze dabei von deinem eigenen Transform die Y-Achse als Up-Vektor und sagen mit UseModelFront, ob wir mit der Hinter- oder Vorderseite unseres Models da drauf schauen sollen. Und zum Schluss gehen wir in Skeletten und setzen unsere globale Pose für den gegebenen Bone Index wieder fest. In C-Sharp ist das Ganze sehr ähnlich. Wir nutzen das Tool-Attribut, um ein Editor-Skript zu erhalten. Wir nutzen Global Class zum Registrieren des Typs in der Godot Engine. Wir haben eine Klasse, die von Skeletten-Modifier-3D ableitet. Und hier nutzen wir dreimal das Export-Attribut, um die Variablen im Inspektor sichtbar zu machen. Dann aus der Skeletten-Modifier-3D-Basis-Klasse kommt die Process-Modification-Methode, die wir mit Override überschreiben müssen. Darin haben wir dann dieselbe Logik wie gerade eben in GDScript. Nämlich zuerst müssen wir checken, ob der Name Null ist, dann brechen wir ab. Haben wir kein Ziel, brechen wir ebenfalls ab. Dann schnappen wir uns das Skelett und über die Methode FindBone geben wir den Namen hinzu und finden für den gegebenen Namen hoffentlich einen Knochen-Index. Wenn dieser Index minus 1 ist, können wir den Knochen nicht finden, dann hat der Modifier keine Wirkung. Ansonsten schnappen wir uns die globale Pose dieses Knochens, die ja relativ zum Skelett 3D ist, und wir addieren noch die globale Position des Skeletts hinzu, um die Weltkoordinate zu haben. Dann rufen wir auf dem Transform 3D hier eben die Methode LookingAt auf und sagen, wir wollen es auf die globale Position unseres Aim-Targets schauen lassen und nutzen dabei von der Global Pose die Basis-X-Lon-Achse als Abvektor. Und der dritte Parameter ist wie immer UseModelFront, damit wir sagen können, schaut die Rückseite unseres Meshes dahin oder die Vorderseite. Und zum Schluss setzt du doch die Bone Global Pose neu mit dem Bone Index und der rotierten Pose. Wenn du den Code hast, musst du in der Godot Engine noch Alt-B drücken, zumindest dann, wenn du C-Sharp nutzt. Oder oben rechts den Hammer links vom Play-Button, eben um die DLL zu bauen. Jetzt kannst du deine neue Node in Godot einfügen, und zwar unter Skeletten 3D, rechtsklick, Add Child Node und dann kannst du beim Suchbegriff von Modifier hier deine beiden neuen Skeletten Modifier 3D finden und einen davon brauchst du zum Einfügen. Im Inspektor machst du dann die Konfiguration. Du gibst den Namen eines Knochens an, in unserem Falle hier Root. Du erstellst eine neue Node 3D in der Szene, die du als Ziel nehmen kannst. Ich schaffst jetzt mal hier Aim Target genannt. Und dann, wenn wir das haben, machst du noch den Haken UseModelFront an und du musst hier unten den Skeletten Modifier 3D aktivieren. Ab diesem Zeitpunkt ist der Modifier bereits permanent im Editor am Laufen, denn sobald du hier jetzt beide Referenzen gesetzt hast, wird er sich auf diese Node 3D hin ausrichten. Bei mir ist die hier unten links. Wenn ich die jetzt hier über die grüne Fläche mal auf dem Boden entlang verschiebe, siehst du, das Auge dreht sich in die richtige Richtung. Und hier ein bisschen näher, auch mal nach oben oder nach unten geht genauso. Ein bisschen nach links oder nach rechts. Und wir haben hier eine richtige Ausrichtung eines einzelnen Knochens auf einen Node 3D und somit eine Art Aim oder auch Inverse Kinematic ganz simpel gebaut. Und das war auch schon die heutige Folge. Jetzt kannst du eigene Skeletten Modifier 3D bauen, verschiedene Verhaltensweisen bauen und wenn du kreative Ideen hast oder du hast Erfahrungen damit, schreib sie mal gerne in die Kommentare unter diesem Video und sonst drück den Daumen nach oben, wenn es dir gefallen haben sollte. Gerne abonnieren für weitere Folgen und wie immer natürlich Feedback und Fragen sind auch sehr gerne gesehen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und wünsche noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal. You're truly most wanted. Bye bye. Tschüss. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020